Wenn man sagt, Kiew war ein Ziel und bleibt ein Ziel, könnte Putin es versuchen, wieder von Belarus, von verschiedenen Seiten anzugreifen, einzukesseln? Jetzt im Moment sieht das nicht so aus, aber unsere Fachleute schließen das nicht aus, weil von Weißrussland, in die Grenze in Weißrussland, gibt Anheiten. Viele russische Soldaten und sehr viele Panzer, aber es ist nicht genug für einen richtigen Anschlag, was bekommen wir, aber trotzdem, in einer kurzen Zeit ist möglich, ein neuer Angriff von Norden, von Weißrussland.